Willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 6 ich bin Webteil 888 98 und wir sind immer noch vor diesem Minilager des Imperiums und ich weiß nicht, ob ich jetzt unsichtbar bleiben würde oder so? Fragegeklärt ... Was ist in der letzte Folge passiert? es sind folge dass wir haben versucht diese burg doma wie diese anzugreifen aber hat übrigens auf die fresse bekommen und ja jetzt schauen wir uns mal die lage an was sie jetzt nächstes planen und wir haben einen besten kumpel kefka wieder gesehen ich hatte die gleiche stücke aber das bestimmt schon gemerkt egal die show muss weitergehen was nun die bürger von doma spielen eine ein wartespielchen mit uns also das ist ihre strategie wir können die burg derzeit stürmen gebt den befehl geduld wenn wir sie jetzt angreifen sterben zu viele menschen dabei wo einer die verluste denkt wo aber general ich opfere dem imperium mein eigenes leben gerne und jederzeit es bekifft ihr seid aus maranda richtig ja herr warum und eure familie lebt dort falls ihr in der schlacht muss ich dir muss ich die traurige nachricht überbringen ihr habt ein leben zu dem ihr ein tages zu dem ihr eines tages zurückkehren könnt wer ist es nicht einfach fort das imperium der imperator möchte das nicht auch gott immer schlechter ja herr und der nächste spacken der lüge eine brieftraube vom imperator sind das soll mit brieftraube wie süß wer ist der imperator braucht braucht mich ich muss sofort zurückkehren ich verstehe gut ich vertraue euch dummer an ja herr okay ich bitte euch nicht vor vor allem zu handeln bitte hier lasst du nur alles uns ja uns das ist ein guter stichwörter das ist also general leo er wäre mein freund wäre er nicht mein feind ja ja oh geht's wieder weiter nein nicht der jetzt wo leo weg ist mach ich diese diesen fluss zur giftbrühe der imperator hat mich nach vektor beordert ich möchte hier keine schwierigkeiten verlierer ich kümmere mich gleich um die situation ich dachte ich dann verliere du nicht so aufgeblasen und vergisst nicht das nicht das sind menschen wie ich und ihr selbst wir brauchen niemanden zu schonen der der den löwen geholfen hat ist nicht auch cool dass der leo vorbeiläuft und uns nicht sieht geh nur und sei ein braver lieber junge ist auch geil werden sich nicht gesehen ist das gift bereit aber general leo sagte es ist nicht mehr hier ich habe er ist nicht mehr hier ich habe die fehlgewalt unter den gefangenen domas sind auch unsere leute wenn wir den fluss vergiften tut es vergiftet alle du unmensch äh ruhe du bist tot kerl oh ich darf die tun zu hauen frisst den wurfstern du bitch ich bin kein anhalter trolle mal als nur der Nieder alt ach ha ha keine Kröten der kleine Kröte keine Kröten jetzt ist mehr um die zehn Jahre fest die achtung nach sich raten haupt wieder ab kauf kalt ja das können wir alles schon es ist jetzt nicht nur voll käme ja das schon hör mal was meinst du wie lange ich mich mit dir abgebe nächstes mal ist schluss gibt vielleicht mal nächstes mal ist schluss diese unruhe die überschätzt sich gewaltig erinnert mich ein bisschen an aussie aus meinem display der abgehauen ist aber ich finde gefka eindeutig nervige ich kann euch auch mal angucken lässt sich der chrono triggern wer es noch nicht getan hat so weg mit euch die musik schon es geht auch nichts über eine sym symphonie hunderter mehr schreiender menschen klar bloß die fresse wärst jetzt hatte ich nicht flutsvergiftete kleine satt dummer wache ist der canyon oder keine ich nenne es kein das imperiale lager ist in aufruhr es liegt etwas in der luft hoch sehe das wasser die ersten zwei fallen schon ouch sehr viel tief 3 4 5 es ist gift das wäre überaus abscheulich das ist vor allem überaus krank der könig nun fällt aber früher ein mit zehn leuten aus köln oder kündige noch um zum könig schnell er ich werde längst da ich aufgehalten ist genau um der droht sei es hier ach was okolik ist tot euer hoheit fürchtet euch nicht könig du mann keine ja hoheit kein meine augen ich sehe nichts mehr hilft mir hoheit halte durch kein schon meinen vater habt ihr geholfen dummer zu verteidigen ich danke euch es ist vorbei dummer ist am ende koch doch nicht hoheit das ist mir euer was ist mit eurer familie oh ich brenne innerlich ich spreche nicht seid ruhig geht zu eurer familie koch hoheit oh hoheit so klein sicher habt haben einige in der burg überlebt teilen wir uns auf sich haben einige überlebt jetzt muss ich irgendwie seine familie finden ja genau schon geschehen leiner leine leine erwache leine 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 ok das das kann nicht sein doch sie ist leider tot oh wein nicht auch du oh wein auch du mein sohn bitte oh wein ach gott wie traurig mein gott unmöglich absurd wir können nicht vergeben aber rechen rechen ja ich will aber die kiste haben ich werde es nicht ungerecht lassen der feinde alles alles fertig machen los und sehr bin erscheint und wir helfen natürlich darf ich euch helfen danke wer immer ihr seid so blitz und natürlich werfen so blitz und natürlich werfen oh das ist zu viel verdammt war zu schnell weg ja die nächsten ansprechen lasst mich ran aber sei vorsichtig sir ach stimmt ich wollte mich hier hochholen wurfste ähm 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 näh mist ähm greifst du an ja so blocken ja mein hund liebtes zielchen ja verdammt wir müssen da gemeinsam durch diese gedanken dieser gedanke kam mir auch schon werfen wirst er links rechts links jetzt der kreis automatisch an irgendwie auf der binde ist sehr freundlich so nein ich danke euch aber jetzt sollten wir abhauen schnell aber mein zuhause meine familie meine freunde also wenn wir hier noch länger herumstehen haben wir bald ein ganzes regiment auf dem hals hab sie hier los der nächste kommt junge ich habe eine tolle idee mir nach los so sehr bin was sind das für dinge später später und jetzt alles einsteigen wie manipuliert man denn diese schrecken gespürt schreck geschrecken sponsor schreck gespünster schreck gespünster auf gott das macht mich ganz krank er schmerzt mich so das misst ich fange schon an wie du zu reden zu kein benutzt einfach den hebel vorne rechts sehr sehr bin ich bin es der zu danken hat oh gott vergesst es jetzt aber los hey was macht ihr da kein zurück blopp